Bapp, 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 mal wieder ein fruchtiges Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe hier auf der Nintendo Switch. Wir sind ja immer noch beim Grand Prix Modus bei 150 und sind jetzt beim letzten Cup angekommen. Ich weiß nicht was ich nehmen soll. Ich nehme mal wieder irgendwas, was wir länger nicht gespielt haben. Wir nehmen einfach mal Link. Link ist cool. Link macht Spaß. Und der ist auch gar nicht so schlecht. Der hat sehr viel Tempo. Ich glaube, wir nehmen mal den hier. So, uns fehlt nämlich noch der Glockenkapp. Koopa Gerustadtfieber, Partystraße, Marios Metro und Big Blue. Ja, die letzten beiden scheinen neu zu sein. Und die ersten beiden sind aus älteren Spielen. Da bin ich mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Es ist ja im Endeffekt gar nicht der letzte Cup, den wir auf 150 machen werden. Denn es fehlen ja noch zwei, die wir ausgelassen haben auf 150. Weil wir sie gleich auf 200 probiert haben. Mit mäßigem Erfolg. Aber naja. So, los geht's. Sie sieht lustig aus. Kenne ich gar nicht die Strecke. Sehr kurvig. Bleibt mir weg mit den Bananen. Ja, natürlich. Mit einem Drift volle Kanne in die Banane rein. Das ist natürlich nicht so schlau. Ganz viele Kupas überall. Boah, die Strecke gefällt mir überhaupt nicht. Boah, das ist echt viel. Boah. Kann man ja nicht mal in Ruhe driften. Boah. Hat der überhaupt wen getroffen? Nein. So. Lol. Ich wäre fast in die Banane reingerutscht. Ne. Das wird absolut gar nichts. Kriegt nicht mal irgendwelche Items oder so. Okay, das ist mir viel zu, viel zu eng alles hier. Boah, das ist doch nicht euer Ernst. Alter, das ist der schlimmste Cup, den wir jemals hatten, glaube ich. Obwohl ich gestehen muss, ich habe auch schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ja, Hauptsache, alle anderen kriegen ganz hinten irgendwelche Mega-Items. Und wir kriegen eine gammelige Banane. Komischerweise, es ist mir schon öfter aufgefallen, wenn wir weit hinten sind, ist es total easy, wieder nach vorne zu kommen. Sobald wir aber vorne sind, kommen wir einfach auch nicht weg. Und das ist halt echt heftig. Wir können noch so weit weg sein. Dann kommen da ein, zwei Items an und dann sind wir wieder, das ist mal eben, Fünfter oder so. Kann ich übers Ziel eigentlich hinausschießen? Glaub nicht. So. Ach, er hat zum Glück nur eine Münze bekommen. Kann mal einer in die Bananen fahren? Ich weiß nicht, ob er da gerade reingefahren ist. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, doch. Er müsste da reingefahren sein. Er ist nämlich nicht mehr direkt hinter uns. Nice. Das ist doch das Beste, was wir haben können, wenn wir führen. Wenn wir nicht hier gleich irgendwo schön runter driften. Das kann ich mir bei mir natürlich super gut vorstellen. Aber es läuft besser als erwartet. Da hat mich eine Banane gerettet. Nice. Zehn Münzen. Erster Platz. Was ist hier los? Es hat richtig doof angefangen, die Strecke. Aber gutes Ende. Ja. Cool. So kann es weitergehen auf jeden Fall. Und ich glaube, das war so mit die schrecklichste Strecke. Ach, wie cool. Ach, wie cool. So eine kleine Spielzeugstraße. Okay. Die machen mir ein bisschen Angst. Oh, die Torts sind ja süß. Ach, wie knuffig. Ich möchte auch so ein Tort haben. Ich möchte so ein Tort für mein Zimmer haben. Und da hinten, oh, so ein Baby Mario Build and Play. Exciting. Das finde ich so cool. Ich finde es halt echt schade. Man guckt sich die Strecken viel zu wenig an. Die sind halt richtig schön gemacht teilweise. Das war ein Mega-Fail. Das kriegst du zurück. Oder auch nicht. Da hätte ich mich fast selber getroffen. Irgendwen habe ich getroffen. Ich weiß nur nicht wen. Aber das ist echt heftig. Aber so eine Autostrecke hätte ich gerne gehabt früher. Als Kind. Ist doch bestimmt mega cool. Wo auch immer der die Bombe gerade hingeschmissen hat. Ich hatte mal so eine Carrera-Bahn. Aber das war halt nicht ansatzweise so cool wie das hier. So. Ich habe zum Glück nicht ihre Tröte benutzt. Oh, das war schon die erste Runde. Okay, da müssen wir echt aufpassen. Das wird nicht so einfach. Ich kenne die Strecken halt alle noch nicht jetzt. Wir sind immerhin nicht abgeschützt. Dafür in diesen komischen Roboter reingefahren. Die kenne ich auch aus irgendeinem Mario-Teil. Ich weiß nur nicht mehr aus welchem. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Kann mich nur nicht ganz erinnern an was. Haben wir ihn getroffen? Sie? Glaube nicht. Natürlich. Natürlich. Wir haben zum Glück wen mitgenommen. Ich glaube, wir haben sogar zwei Leute mitgenommen gerade. Ach ja. Natürlich hat sie jetzt neben uns auch erstmal schön drei Bananen. Hat die aber nichts genützt. Das wird echt heftig. Ich finde es doof, dass sie die Bananen nicht mehr da hinlegen, wo die anderen langfahren. Natürlich. Aber es hat uns sogar geholfen. Zumindest so ein bisschen. Wenn jetzt nicht wieder irgendwas Unerwartetes kommt. Oder ich gleich in eine dieser Bananen fahre. Ich hasse das. Bei so einer... Da kann man halt hier überall springen. Deswegen holen die auch voll auf. Weil die halt wahrscheinlich eher springen. Bitte. Bitte irgendwas Gutes. Bitte irgendwas Gutes. Nice. Cool. Leider nicht zehn Münzen. Aber immerhin acht. Läuft doch echt gut. Aber die Strecke finde ich vom Umfeld ganz cool. Also von dem, dass es in so einem Kinderzimmer ist. Die ganzen Sachen nebenan. Die finde ich halt alle sehr interessant. Wäre so meine Traumautobahn damals gewesen. So Nintendo mäßig. Richtig cool. Aber vom Fahren her ist das, naja, nicht so unbedingt meins. Mit diesem ganzen Wellen mäßigen da. Aber trotzdem ganz coole Strecke. Was kommt jetzt? Ach, Metro, ne? Oh, cool. Sogar richtig in so einer U-Bahn. Oh, wir können teilweise auf der U-Bahn fahren. Das ist ja nice. Das ist natürlich jetzt fies, ne? Kenne ich halt überhaupt noch nicht die Strecke. Und dann ist es halt echt schwer, da überhaupt gut einen Weg zu finden. Weil hier kann ich mir super gut vorstellen, dass es da zig Abgritzungen gibt. Die man nehmen kann. Und so, erstmal weg mit dir. Man kann bestimmt auch hier erstmal schön von der U-Bahn umgefahren werden. Das war überhaupt nicht schlau. Ach, da kommt einem auch noch welche entgegen. Das ist dann nicht so schlau. Natürlich. Jetzt kommt der Panzer, aber der ist nicht für uns bestimmt. Das ist nice. War das schon eine Runde? Ne. Ich wollte gerade sagen. Ah, hier könnte man voll abkürzen, wenn man einen Pilz oder so hätte. Das war aber schon eine Runde. Okay. Ganz viele Yoshis. Natürlich. Natürlich. Ich habe nur drauf gewartet. So. Und bumm, sind wir nur noch Zweiter. Natürlich. Wegen dem Boost nochmal schön da rein. Warum auch nicht. Ah, das ist doch wieder... Jetzt haben wir zwei Strecken gewonnen. Nächste, die Gegner sind wahrscheinlich schwerer geworden dadurch. Ich weiß nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Manchmal sind die überhaupt voll Idioten. Wir sind Achter. Wir sind gerade echt Achter. Platz 8. Ja. Jetzt werden wir gleich noch mit Sternen... Alter. Ja. Die kriegen alle Sterne. Wir kriegen so eine Kack-Bombe. Jetzt sind wir 12 da. So, jetzt fahr da rein. So, da ist noch einer reingefahren. Jetzt haben wir so eine Kack-Pflanze, die uns hier wahrscheinlich überhaupt nichts bringt, weil wir dadurch noch irgendwo gegen fahren. Leute, mein erster Flügelpanzer, den ich überhaupt... Ich dachte, die hört gleich auf, die Bahn. Ja, dritte Runde, Platz 11. Das wird überhaupt nichts hier. Äh, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich überhaupt noch irgendwie ins Ziel komme. Wieso kriegen die alle Sterne? Warum kriege ich denn keine Kack-Sterne? Nein! Verdammt, Alter. Wenn ich da nicht gegen gefahren wäre. Aber ich konnte nicht lenken. Wegen dem Pilz. Oh, ey. Das ist doch wieder... Bescheuert. Boah. Wieder eine Strecke, verhaut wieder alles. Und das auch nur ganz knapp am Ende. Das ist doch... Ah, ich hasse sowas. Oh, aus F-Zero. Cool. Ah, ja. Jetzt bin ich schon wieder voll demotiviert. Hab schon wieder keinen Bock mehr. Äh. Ich fühl mich so schlecht, Alter. Also eben bin ich auch mega schlecht gefahren. Definitiv. Aber... Ja. Die Musik kenne ich noch gut. Ich habe nie oft F-Zero gespielt früher. Aber... So ein bisschen mal. Und vor allem... Kennt man ja die Musik zum Beispiel auch aus Super Smash Bros. Der weiß noch genau diese eine Arena da. Warum lenkt er denn nach unten? Ja. Jetzt bin ich mega am F-Zero gespielt. Und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Hilfe. Warum passiert mir immer sowas? So. Warum? Ach, da ist eine Begrenzung. Die Strecke ist ganz cool. Ein bisschen auf Speed ausgelegt. Jetzt kommt natürlich ein Panzer. Aber der ist nicht für uns. Das ist ganz gut. Ähm. Was? Wir sind... Ach, das ist... Ach, das ist so eine Strecke, die immer weiter geht. Doll. Wie bitte habe ich jetzt die Banane gedodged? Ich habe keine Ahnung. Ich bin doch da voll reingefahren. So, ich hoffe, dass da jetzt irgendwer reinfährt. Natürlich. Natürlich. Ich lege da drei Bananen im Weg. Jetzt fährt da irgendwer rein. Jetzt... Verliere ich natürlich Haus hoch. Weil da vorne schon das Ziel ist. Nur, weil ich diese drei Bananen im Weg gelegt habe. Tja, Pech gehabt. Reicht trotzdem für Platz 1. Danke. Jo. Platz 1 haben wir. Passt. Goldpokal ist unser. Wenn das Spiel mal lädt. Gut. Da haben wir dann auch den Glockencup. Ja. Leider wieder nur mit 49 Punkten. Wer hätte es erwartet. Letzte Strecke war ich auch echt demotiviert. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mal wieder eine Pause machen. Und beim nächsten Mal machen wir dann noch die beiden Cups, die uns noch fehlen. Da gibt es ja noch so zwei. Ähm. Mario? Mache Mario. Ich habe gar kein Mario gespielt. Ach, das sind die Credits. Ach. Stimmt. Glockenkapp. Okay. Interessant. Na ja. Das Katzenauto. Das ist ganz lustig. Gut. Ähm. Ja, ich lasse das jetzt mal ein bisschen durchlaufen. Wir schauen uns das mal so ein bisschen an. Kann ich das überspringen? Nein. Yoshi. Oh, Thor hat mit dem Yoshi-Auto. Oder Yoshi-Motorrad. Cool. Jetzt kommen wir alle Charaktere an und so. Ja, Mario Kart 8 bricht ja auch aktuell alle möglichen Verkaufsrekorde. Ist mittlerweile schon, glaube ich, das beste, also vom Start her sich am besten verkaufende Mario Kart. Und es ist halt auch einfach. Mario Kart 8 war schon, ja, von den Bewertungen her, glaube ich, das beste Mario Kart. Bisher. Und jetzt haben sie im Endeffekt ja bei Mario Kart 8 Deluxe einfach nochmal die Schwächen, die Mario Kart 8 hatte. So ein bisschen ausgemerzt. Ist es halt leistungstechnisch nochmal ein bisschen besser geworden. Ähm. Läuft ein bisschen besser. Höhere FPS und so. Und vor allem, ja. Man hat die ganzen DLC-Sachen dazu bekommen. Man hat im Endeffekt das beste Mario Kart aller Zeiten. Mit allen Zusatzinhalten. Und noch ein paar Bonussachen. Bessere Kampf-Arenen. Was ja viele gestört hat. Und so ein paar andere Dinge. Kann ich das nicht irgendwie überspringen? Nö. Gar nicht. Naja, wir lassen das mal durchlaufen. Ja. Die weiß ich immer noch nicht. Die sieht total hässlich aus. Hm. Ja. Der Teufelsparcours Nummer 1. Teufelsparcours mit Musik. Ja, ich weiß auch immer noch nicht, warum sie da, weiß ich nicht, sechs verschiedene Bowser reingebracht haben. Oder sieben oder wie viel das waren. Das fand ich damals ein bisschen übertrieben. Jetzt haben sie ja noch Baby Bowser dazu gemacht, glaube ich. Und noch ein paar andere. Aber es sind halt, ich glaube, 48 Fahrer oder so, ne? Oder sind wir noch mehr? Halt heftig viele, auf jeden Fall. Wo ich mir halt immer noch nicht sicher bin, ob vielleicht noch auch noch DLCs dafür kommen werden. Mit neuen Fahrern, neuen Strecken und so. Es gibt garantiert noch ein paar Strecken aus alten Teilen, die man vielleicht nehmen könnte. Die müssten halt nur überarbeitet werden. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Dann könnte man vielleicht noch ein paar neue Strecken entwickeln. Und dann halt auch irgendwie Fahrer aus bestimmten Spielen zum Beispiel, weiß ich nicht. Pikachu als Fahrer nehmen und dann eine Pokémon-Strecke machen oder so. Könnte ich mir halt sehr gut vorstellen. Oder aus Metroid zum Beispiel gibt es bestimmt noch Möglichkeiten. Ja. Was weiß ich, was man noch so reinpacken könnte. Halt so ein bisschen Super Smash Bros. als Mario Kart. Aber dann wäre es halt im Endeffekt kein Mario Kart mehr, sondern eine Nintendo Kart irgendwann. Aber jetzt wird es sowieso schon eine Nintendo Kart, ne? Mit Animal Crossing. Ach, die ganzen Galaxy Air. Lemmys. Lemmy Lights. Morton Construction. Richtig cool. Ja, wir haben ja schon Animal Crossing. Wir haben Zelda drin. Wir haben Splatoon drin. Und Mario halt, ne? Beziehungsweise Donkey Kong. Kann man ja auch wieder extra zählen. Toad hat mittlerweile seine eigenen Spiele. Yoshi hat seine eigenen Spiele. Ja. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir noch die beiden Cups, die uns hier fehlen. Also, ähm, die ersten beiden hier vorne. Die, ja. Den Blumencup und den Sternenkup. Die fehlen uns noch. Die werden wir noch mal machen. Auf 150. Bis dann. Und immer schön flüchtig bleiben. Ciao. Ciao. Vielen Dank.